Jo, was geht ab, Leute? Und zwar bin ich jetzt hier in der Halle fix und fertig. Adri hier, Andi hier. Die werden mich hoffentlich beim Besuch zu Mr. Mike auf jeden Fall begleiten, hoffentlich. Jetzt mal schauen. Nichtsdestotrotz erstmal eins. Ich habe mit Mike geschrieben, wir haben jetzt einen Termin ausgemacht am 23.04.2022. Ja, wohl gehört. Nächsten Monat auf jeden Fall bin ich bei Mike. Es wird auf jeden Fall Games stattfinden. One-on-one, zwei gegen zwei, drei gegen drei und es wird auf jeden Fall, hoffe ich natürlich, ein richtig geiler Tag. Mike allgemein ist auf jeden Fall sehr spaßig, das weiß ich selber. Ich war ja schon mal dort. Deswegen, also wer noch mal reinschauen möchte, hier auf jeden Fall noch mal rein und auf jeden Fall nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Dazu, wie gesagt, er hat drei Leute bei sich. Ich habe auch, so wie es aussieht, drei bis vier Leute bei mir. Mal gucken, wie viele von diesen drei bis vier auftauchen werden. Adrian ist auf jeden Fall dabei, soviel ich weiß. Er selber ist da. Jetzt ist er gerade ein bisschen schüchtern, ist aber nicht schlimm. Andi selbst ist gerade auch schüchtern, aber die kommen auf jeden Fall noch aufs Bild, weil, wenn die mit mir spielen, müssten die einfach rein. Es ist einfach so. Von Jo habe ich noch keine Nachricht. Leider hat er gerade ein paar Probleme. Deswegen weiß ich nicht, wie es jetzt gerade mit dem ablaufen wird. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall der Fall sein, dass ich drüben bin, hundertprozentig. Auf jeden Fall habe ich zwei Leute auf jeden Fall bei mir. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wer noch alles dabei ist. Leider steht noch das offen. Ich gehe hundertprozentig rüber. Das wollte ich euch nur Bescheid geben. Extra eine Ankündigung. Hier auf jeden Fall ein Bild davon, was ich schon mal auf Instagram gepostet habe. Auf jeden Fall auf Instagram auch Folgen ist ganz, ganz wichtig. Nämlich unten in meiner Videobeschreibung könnt ihr meinen Instagram-Account sehen. Da poste ich immer wieder, was ich gerade mache, wie und wo und was ich gerade unternehme und wie es mir gerade geht und so weiter und so fort. Deswegen schaut da auf jeden Fall rein. Sollte eigentlich nur eine Ankündigung sein und wegen Köln und wegen Düsseldorf. Düsseldorf oder Duisburg? Ich weiß es gar nicht. Dazu werde ich dann auch noch kommen. Dazu wird dann eine andere Ankündigung auftauchen. Wann und wie es dann auf jeden Fall auftauchen wird. Ja, ich habe selber sehr viel gerade zu tun in der Familie. Nicht desto trotz wollte ich das nur Bescheid geben. Auf jeden Fall vielen Dank. Peace. Haut rein. Eddie, Adrian und Andi. Das war's. Peace. Haut rein.